Jetzt filmt zuerst. Ich hab jetzt die ganze Zeit gedacht, das filmt. Na, filmt es doch. Das ist uninteressant. Das ist die wichtigste. Die Herren-Toilette. Zieht euch das rein. Wollt ihr auch ein Podium? Ja, okay, also, ja, jetzt sag ich's nochmal. Also beim Patrick, da war so eine geile Hunde. Die hätte ja fast geknallt. Also er wollte sie knallen. Ja, immer doch, ne? Okay, wir... Ich film mal hier den ganzen Mist. Ist voll cool. Na ja, nicht so richtig, aber na ja. Hä? Ach, wir verfassen wir schon. Keine Angst. Ah! Na ja, was denn? Ja, das machen wir halt schnell fertig, das Video. Wir gehen halt hier mal schnell durch, ja. Und dann halt... Ja, genau. Oh geil, hallo Mama. Und das hier ist ne Skelette voll. Ja, komm gleich mal die Hand an. Warte. Warte, ich zoome mal. Hier. Da ist die Hand. Das sind 45 Teile. Wie ist das da geworden? Vielleicht haben sie sich ja auch doch verzählt. Kann ja sein. Da ist ein Hund. Hier, wollt er was? Oder sein Vater? Warte, ich nehm das. Nee. Das ist der Vater. Geht nicht. Guck mal hier. Guck mal, das ist mit euch. Guck mal, was der für Augen macht hier. Zieh doch das mal rein. Sau, das hab ich mal jetzt gefilmt. Das ist schwieriger. Ach, immer muss ich die scheiß Kamera halten. Du bist halt das Opfer von Harry, ey. Da waren wir doch. Ja, keine Ahnung. Ey, da waren wir oben. Ey, los komm, wir rennen mal wieder runter. Ja, holen wir oben. Und hier sind solche komischen Dings. Wumms da, Wumms da. Das sind angeblich 40 Teile. Entschuldigung, dass ich euch das antue. Dieses gelangweilende. Aber muss halt sein. Weil wir wissen sonst nicht, was wir machen. Ja, das hier muss ich doch. Wir würden hier vier Beine da reinpassen. Wo wir wirklich finden. Also, der Pettig wollte den Ding einfingern. Genau. Ja, du immer mit dein. Immer doch. Okay, wir sind fertig. Wir sind fertig. Okay, und jetzt gehen wir wieder runter. Äh, sind die weg? Scheiße. Nein, da unten ist noch der Gartung. Da unten ist noch der Gartung und so. Und außerdem ist es erstmal... Scheiße, wie froh ist es? Warte, es ist... Hä, 54? Ich denke, der Bus kommt 45. Ich habe eine Nachricht. Irgendein entgangener Anruf. Ne, die Nummer habe ich ja in unbekannt gespeichert. Ne, doch, die habe ich in unbekannt gespeichert. Ach, ne, dann war's. Ja, äh, ja, stimmt ja, den habe ich ja in Arschloch gespeichert. Ich habe in Unbekannt gespeichert. Ja, stimmt ja. Habe ich ja total vergessen. Komm, wer solltest. Oh nein! Komm, wer solltest. Der ist ein schwach. Da war's. Da war's. Da war's!